Schöne Grüße aus Las Vegas. Heute gibt es einen Stream vom Olive Garden. Olive Garden ist hier bei Target. Zur Erklärung, hier drüben ist das Park MGM. Da ist das New York, New York. MGM Grand, drittgrößter Hotel der Welt. Und hier zwischen Ross und Target, in der obersten oder fast obersten Etage, dort habt ihr den Olive Garden. Italienische Stellrestaurantkette, vergleichbar mit Applebee's, Chili's, Outback und so weiter. Halt bloß mit Pasta und Pizza und so dieses ganze Kram. Und wie es da drin aussieht und wie teuer das Ganze ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß. So, hier ist der Eingang zum Olive Garden. Gucken, welchen Lift man eben, da wird schon Werbung gemacht. Oh, hier habt ihr die Preisekarte unten. Und hier seht ihr das Ganze. Und wie es da oben aussieht, das seht ihr gleich. So, hier vorne am Eingang habt ihr dann auch einen direkten Blick auf den Strip. Da drüben Park MCM. Da drüben New York, New York. Da geht die Achterbahn nach oben. Und, ja man kann die Kams richtig rausschauen. Ach, weil hier LEDs draußen sind. So sieht sie aus. So, jetzt zeige ich euch mal die Speisekarte hier. Sieht ja schon mal lecker aus, oder? Bis auf die Schrimps, ich esse ja keinen Fisch. Aber das hier oben, das kann man schon mal nehmen. Leckere Trinke. Und Preis-Leistung auch super. Das seht ihr auf der nächsten Seite. So, guck mal. Wartet, wartet, wartet. So, was haben wir denn hier oben? Spaghetti mit Meatballs. 20 Dollar, 98. Fettuccino Alfredo da unten, 18,99. Und wenn ihr mittags hier seid, in der Woche, vom Montag bis Freitag, zwischen 11 und 3 Uhr, also 15 Uhr, dann könnt ihr das nehmen, was ich nehme, für 13,49, Fettuccino Alfredo. Und da ist sogar ein Salat mit bei. Und das unlimitend. Könnt ihr euch so viel Salat bestellen, wie ihr wollt. Die Portion ist ein bisschen kleiner. Dann könnt ihr euch auch den Nachtisch leisten. Oder da oben kannst du da eine eigene Pizza, äh, Pasta kreieren. Danke wieder. Und hier hinten, Auswahl, Cocktails, Wein, Bier. So, und da könnt ihr euch so viel Käse geben lassen, wie ihr gerne möchtet. So, vom Salat, da bekommt ihr so viel Refill, wie ihr gerne möchtet. Und ich habe jetzt bestellt Fettuccino Alfredo für 13,49 Dollar. Die Cola kostet 4,49 Dollar. Und der Salat ist in diesem Preis da schon mit drin. Und guck mal, selbst mit Text bin ich bei 19,49 Dollar mit Getränk. Und das am Las Vegas-Bundemal. Könnt ihr auch direkt mit eurer Kreditkarte hier an dem Apparat zahlen. So sieht das Restaurant hier aus. Da haben sie eine coole Leinwand hier. Mit digitalen, digitalen Innofen. Wenn die Hauptspeichel kommt, seht ihr das nächste. Und so sieht das Fettuccino Alfredo aus. Schön mit ordentlich Käsesauce, nochmal Käse oben drauf. Guten Appetit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.